Hallo Leute, willkommen bei Produktbewertung. Heute sehen wir uns die besten Beschriftungsgerät Test an. Durch umfassende Recherchen und Tests haben wir eine Liste an Optionen zusammengestellt, die die Bedürfnisse verschiedener Anwender erfüllen werden. Für weitere Infos und aktuelle Preise der von uns erwähnten Produkte, sieh dir am besten die Links in der Beschreibung unter dem Video an. Machen wir also gar nicht lange rum und legen los mit der Liste. Das fünfte Produkt auf der Liste ist der Dymo Letratag LT 100H. Der DYMO Letratag LT 100H ist ein tragbares Etikettiergerät, das so einfach zu bedienen ist wie ihr Handy. Er druckt Etiketten mit bis zu zwei Zeilen und einer Breite von 12 mm auf Papier, Kunststoff und Metalloberflächen. Auf dem großen Grafikdisplay können Sie die Texteffekte vor dem Druck sehen. Über einfach zu bedienende Menütasten können Sie auf spezielle Funktionen die Datumsstempel und den automatischen Energiesparmodus zugreifen. Und der Speicher für neuen Etiketten bedeutet, dass Sie Etiketten für alltägliche Artikel drucken können, ohne dass Sie sie erneut drucken müssen. Als besonderes Extra ist eine patentierte Halterung für den Dymo Letratag am Gürtelclip des Gerätes angebracht. Der Dymo Letratag LT 100H bietet alles, was Sie für Ihre Etiketten benötigen, einfach zu bedienende Menüfunktionen, einen Speicher von neuen Etiketten und ein großartiges Grafikdisplay. Außerdem ist die Gerätehalterung an der Rückseite des Gerätes so konzipiert, dass Sie es am Gürtelclip befestigen können. Der Dymo Letratag LT 100H hat einen Speicher von neuen Etiketten im internen Speicher und ist mit Papier bis zu 6 und 70 mm breit ausgestattet. Weiter auf dem vierten Platz ist der Dymo Label Manager 280. Dymo Label Manager 280 wiederaufladbarer Etikettendrucker im Koffer. Gestalten Sie Etiketten über eine PC- oder Mac-Verbindung mit den Schriftarten und Grafiken auf Ihrem Computer. Schnelle Texteingabe über die länderspezifische Querztastatur, einfache Textbearbeitung über die DPL-Zugriffstasten. Vermeiden Sie die mit Einwegbatterien verbundenen Kosten und Abfälle und verwenden Sie das wiederaufladbare Batteriepack. Erstellen Sie Etiketten mit 6 Schriftgrößen, 6 Textstilen, 9 Rahmen und Unterstreichungen sowie 220 Symbolen und Clipart-Bildern. Erstellen Sie DYMO D1 Etiketten mit einer Breite von 6 mm, 12 mm, 24 mm oder 48 mm. Das dritte Produkt auf unserer Liste ist der Casio EZ Label Printer KL60. Dieser handliche Etikettendrucker eignet sich perfekt für den schnellen und einfachen Druck von Etiketten auf 6, 9 und 12 mm breite Bänder. Die Quertee-Tastatur ermöglicht ein schnelles und einfaches Schreiben, während der Akkubetrieb dafür sorgt, dass Sie ihn überall hin mitnehmen können. Die Druckgeschwindigkeit von 11,6 mm pro Sekunde sorgt für eine schnelle und einfache Beschriftung, während die verschiedenen Effekte einschließlich Schatten, Unterstreichung und Rahmen ihren Etiketten das gewisse Extra verleihen. Das Gerät wird mit einem Ein- und Ausschalter, Start- und Stopptaste für den Bandwechsel und einer Kabelführung ausgeliefert. Es ist bereits kabellos per Bluetooth an Ihr Smartphone gesteuert und beinhaltet verschiedene Druckvorlagen für zahlreiche Zwecke wie zum Beispiel das Taggen von Gepäckstücken. Mit der geringen Größe, dem großen Farbdisplay, der integrierten QWERTY-Tastatur, der direkten Verbindung mittels Bluetooth, dem einfachen Drucken und der Vielzahl von möglichen Anwendungsfeldern eignet er sich durchaus für den täglichen Gebrauch des kleinen Handwerksbetriebs oder Hobbyhandwerks. Das zweite Produkt auf unserer List ist der Brasa PT H100LB. Das Mobile-Etikettiergerät Brasa PT H100LB ist für die Erstellung individueller Etiketten mit Dekomodus und Flaggendrück für die Kabelbeschriftung konzipiert. Der PT H100LB verfügt über ein 12-Zeichen-Display und ist mit Bandbreiten von 3,5-6-9-12mm kompatibel. Das mitgelieferte 12mm-Laminatband ist schwarz auf weiß und 4mm lang. Aufnahmekapazität für ein Bandlänge von 100mm. Die Maße des Gerätes liegen bei 210mm x8 und 90,5mm x162mm und das Gewicht bei 1,14kg. Wir haben den PT H100LB natürlich angeschlossen und uns mit dem Auflegen schwarzer Balken über die Augen beschäftigt. Das Brasa PT H100LB entspricht der Klasse B gemäß IEC 60825 bis 1 internationaler Laserrichtlinien und erfüllt damit sämtliche Anforderungen eines zuverlässigen Gerätes für die Augenschutzklassifizierung. Das Gerät kommt in einer stabilen Kartonnage daher, die auf der Rückseite eine detaillierte Bedienungsanleitung beinhaltet. Auf dem Boden liegt das Laminatband und auch das Netzkabel ist vorinstalliert, so muss man nur noch den Stecker vom Typ F in eine geeignete Steckdose stecken. Und die Nummer 1 unserer Liste ist schließlich der DUMO XDL 500. Das industrielle Etikettiersystem DUMO XDL 500 eignet sich perfekt für die schnelle und einfache Erstellung haltbarer Etiketten. Mit seinem Touchscreen und den vorinstallierten Vorlagen gelingt Ihnen die Formatierung jedes Mal perfekt. Die integrierten Etikettieranwendungen machen den Einstieg leicht und die originalgetreue Etikettenvorschau stellt sicher, dass Ihre Etiketten auf allen zu beschriftenden Objekten, Kabeln, Rohren, Schalttafeln und mehr, gut aussehen werden. Das DUMO XDL 500 Etikettendrucker-Set ist sofort einsatzbereit. Sie müssen nur die Ladestation mit dem Netzwerk verbinden. Es ermöglicht Ihnen, mehrere Drucker zu verwalten und sicherzustellen, dass Ihr Unternehmensnetzwerk immer gut vorbereitet ist. Für alle Ihre Etikettenaufgaben bietet das professionelle Labelmanagement von DYMO Enterprise Software eine hervorragende Lösung. Es ist das perfekte Ergänzungssystem für die Verwaltung von Etiketten und Druckertreibern. Vielen Dank fürs Ansehen. Wenn dir das Video gefallen hat, dann gib uns doch den Daumen nach oben und wenn neu auf dem Kanal bist, abonniere ihn und klicke die Glocke an, damit du keine Updates verpasst. Bis zum nächsten Mal.